hi freunde neue folge von kühnes kochkanal wir machen mal heute eine leckere beilage und zwar meisthaler wir machen die heute mit hähnchen teilen könnte aber dazu nehmen es geht heute eigentlich nur um die meisthaler weil das sind total leckere dinge schaut euch einfach an viel spaß heute soll es bei uns meisthaler geben und als beilage jawohl als beilage hähnchen halt flügel und keulen wie wir unsere meisthaler machen zwei dosen mais drei eier ungefähr acht esslöffel mehl gewürzt wird das ganze mit zucker salz und pfeffer ausgebacken werden sie in öl ähnlich wie ein puffer wird das ganze aber das seht ihr dann als erstes nehmen wir eine dose mais in eine und das ganze pürieren wir nun kommt unsere zweite dose mais dazu drei eier so ich denke das wird reicht an mehl und das ganze für rühren begleiten so Nun geben wir unserer Masse ungefähr einen guten Teelöffel, Zoffern, Ja, dann halt einen Esslöffel. Salz kommt dazu und etwas Pfeffer. Das Ganze röre ich unter, dann wird nochmal abgeschmeckt und dann ist unsere Teigmasse fertig. Wir haben Rapsöl in der Pfanne erhitzt. Nun kommt nach und nach der Teig da rein. Und die Maistaler backen wir nun Goldgeld aus. Und wenn die ersten fertig sind, nähen wir uns wieder. Ja, unsere Maistaler sind jetzt ausgebacken. Wir empfehlen dazu ein Dip oder eine Barbecue-Soße. Wir nehmen heute eine Sriracha-Soße. Wird eine scharfe Angelegenheit. Aber denke, die passt ganz gut dazu. Ja, jetzt hole ich die Hähnchen vom Grill. Oder die Hähnchenteile. Und dann gibt es das Tellerwild. Freunde, kurzes Fazit. Wenn ihr die Gewinner bei einer Party sein möchtet, macht diese Maistaler. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten die Sriracha-Soße. Ist nicht jedermanns Sache. Sehr scharf. Eine Barbecue-Soße. Was ihr wollt. Aber ihr braucht einen Dip dazu. Die Dinger sind sowas von mega Hammer. Geil darf ich nicht sagen. Habe ich jetzt gemacht. Ist auch egal. Probiert sie einfach aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst Daumen hoch da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten und rechts. Und Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Künstlkochkanal. Bis dahin. Tschüss.